Wie langsam kann man in Minecraft eigentlich laufen? Wir werden's testen. Beim ersten Versuch haben wir ganz normale Honigblöcke. Beim zweiten Versuch werden wir ganz normal durch Wasser laufen. Beim dritten Versuch haben wir Soulcent unter den Füßen. Beim nächsten Versuch laufen wir einfach mal durch Spinnennetze. Und endlich sind wir angekommen. Ja, genau, perfekt, sehr schön. Beim letzten Versuch nehmen wir eine Langsamkeit 6 Potion und werden durch Wasser und Honigblöcke schwimmen. Und endlich angekommen. Oh mein Gott, Alter.